Na wo geht es heute hin? Heute geht es nach Schweden. Zu Onkel Eddy. Auf die Piste Perfekto. Kappa. Ja. Bisschen kalt. Bisschen windig. Bisschen windig. Bisschen voll die Autobahn. Aber die Schien war weg. Kein Ding. Kein Ding für den King. Kein Ding für den King. Achim! Gas! Es ist hier immer äußerst knappe Kiste. Wo ist ein Eddy? Kleiner Abgebrochene. Kleiner Eddy. Felix Beyer? Felix Beyer ist da, aber ich sehe ihn nicht. Oh schön. Ah! Ne ja. Felix Beyer ist da. Fährt schon auf die Strecke. Ja. Neuer Auspuss. Ja. Wie ist das für? Ich zeige dich! Das ist gleich weit. Was ist das? Um... Du musst dich jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Updates, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020